Die haben ja einen Innengewinde, kannst du eine Gewindestange reinschrauben und ausleger machen. Franz, Herr Gottschall hat einen Vorschlag für Installationen, dass man, das ist ein Standardrohr hier für Gerüstschälen, für Gerüstschälen und Ausleger zu machen. Genau, Ausleger und der Gewinde haben wir überall. Man kennt jetzt keine Installationen, mit der Gewindestange kannst du natürlich, und du bist immer sehr gut, was es ist. Wenn du die Runden jetzt aufbaust, dann kannst du auch nicht stehen lassen. Alleine durch die Masserschrauben haben wir ein komplettes Verbrauch.